Dieses zu erwerbende gut gepflegte Mehrfamilienhaus liegt in Krefeldstadt-Mitte. Das im Jahr 1920 erbaute Drei-Etagen-Haus wurde 2005 saniert. Es hat sechs Schlafzimmer, sechs Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 189 m2. weist die Immobilie eine Wohnfläche von ca. 297 m² auf. Das Gebäude steht für ca. 199.900 Euro zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.